Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play. Wir spielen Battlefield Hardline, die Beta, wie man hier in diesem Screen nicht sieht, aber gleich. Naja, man kann es auch schon sehen, wenn man zumindest weiß, worauf man achten muss. Ja, also hier, wir haben eine Crisis in Downtown Los Angeles. Die Straßen sind geschlossen und es gibt Feuer. Also Waffenfeuer. Wir spielen auf der Bösen Seite und ich sage mal, ich bin ready. Gibt es in den Spielen überhaupt Böse? Ich würde sagen, die Räuber sind immer noch die Guten. Kurze Frage, wieso sind 8 von 6 ready oder 9 von 6? Ist das Matchmaking so ein Teil, wo man es selber auswählen darf? Scheinbar, ne? Ja, aber man kann es auch nicht ändern. Achso, jetzt ist es egal. So, ja, aber wie gesagt, die Bösen könnten immer noch hingehen und sagen, wir spenden die 5 Millionen an Erz ohne Grenzen. Ja, das stimmt natürlich. Oh, die Leute sind gerade aufgetaucht, schön. Und irgendwie haben sie keine Militärkleidung. Achso, wir sind ja auch die, ja. Was muss ich hier jetzt machen? Einsteigen. Achso, ne, das auch machen. Ich würde da weggehen, ich glaube, das sprengt. Das dauert noch ein bisschen und das leckt gerade ein bisschen, weil wir über die gleiche Festplatte aufnehmen und spielen. Wir werden natürlich auch nochmal einen Vergleich machen zwischen Held, äh, Hardline und, äh, ich würde jetzt sagen 4, aber ich habe leider kein 4, also 3. Naja, ich habe 4, also. Ja, aber ich bin auf Ultra-Also. Achso. Sind es wirklich hier gedacht? What? Ja, wie ist, ich habe eben schon ein paar Runden gespielt und mir ist aufgefallen, irgendwie kriegt man dauernd Headshots und wird von allen möglichen Seiten abgeworfen. So, Streetbike. Streetbike. Hä? Wieso bin ich? Erstmal ein bisschen Leben verlieren. Da hat wahrscheinlich bestimmt jemand einen Nagel auf das Motorrad gelegt. Du hast dich schön reingesetzt. Geht das hier auch? Wo bin ich bei euch? Was sollst du das denn? Keine Ahnung, ich wollte was ausprobieren eigentlich. Scheiße sind die Wache schlecht. Du solltest nicht Einzelfeuer machen. Ich habe mich am Battlefield gewöhnt. Also B4. Solltest, äh, Seifen schießen. Geh hoch. Kann man hier nicht auch irgendwie? Ja. Ich will kontern, ich will kontern. Ja, das kann man. Ich kann nicht kontern. Hä? Was? War das nicht gerade eine Messanimation? Eigentlich finde ich, es war weder noch. Ja, aber es war auf jeden Fall kein Totschläger. Ne. Also heißt ja natürlich jetzt in dem Fall eigentlich nicht Totschläger, aber... So, Muscle Car. Oder? Ne. Na, mal gucken, ob er fahren kann. Hm, ich glaub eigentlich nicht. Geht so. Ich frag mich immer noch, warum ich mit Schalten verkämpfe und das nicht umstellen kann. Wow. Er kann nicht fahren. Und du kannst nicht leben. Also ich war schon besser. Möchte ich nur anmerken. Und ich habe fast den besten Ping. Das ist grausam. Hm, ja. Wie kann sowas passieren? Also ja, hast du nicht. Ja, ist nicht. Scheiße. Die fahren ja echt alle brillant. Das ist echt so? Oh, Katniss hatte ich getötet. Oh, irgendwas piept hier gerade die ganze Zeit. Ich nicht. Soll ich mein Handy ausmachen? Nein, nicht sowas. So, Enforcer. Massel Car. Sehr schön. Oh, der ist gerade durch die Tür gespawnt. Hm, es gibt Schlimmeres. Wir hatten schon vorhin eine ohne Kleidung. Oh, ich wurde befördert. Brauchtest du nicht nur noch 20 Punkte in dieser Runde zu machen, um das hinzukriegen? Scheiße. Ich werde da raus. Ja. Guck mal, der gibt mir selbst da einen Headshot, wenn das Auto explodiert. Ja. Und dem anderen Typen übrigens auch. Oder zumindest hat der dann auch mitgetötet. Vielleicht gibt's auch keine Animationen für, er hat auf das Auto geschossen und das Auto explodiert und daraufhin bist du gestorben. Ja, was ist. Wieso? Äh, ich hab doch dann die Klasse gewechselt eigentlich. Was ist denn das? Ja, das ist ein Heli. Ich würde sagen, danach spiele ich mal eine Runde, dann gucken wir mal wieder besser. Ja, ich fand, sonst war ich eigentlich immer besser. Tja. Das wird sich wohl ändern. Hm, jetzt gerade zumindest. Scheiße, ich hab gedacht, ich lande jetzt da drauf. Hm. So, um jetzt auch. Ich würde den Laser weiter ausmachen, mein Du. Danke, dass du mir die Tipps gibst, die ich dir eben auch gegeben hab. Ja, aber da bin ich nicht vom Himmel geflogen, dann bin ich an einem Haus vorbei gerannt. Das ist unauffälliger, als vom Himmel hinzufliegen. Jetzt kommen wir mit zu fliegen. Ja. So, heute machen wir das andersrum. Und wer seine eigenen Tipps nicht einhält, der bekommt sie. Okay. Warte, bis das so für Treppenhaus ist ja unnötig. Und ich bin nah am. Darfst du so fahren? Der linke Außenspiegel ist kaputt. Hä? Das war kein Rotkill? Das musst du nochmal mit deinem... Wie war das kein Rotkill? Und wieso wollte ich grad... Äh, das ist doch... Guck mal, der hat auch eben Triplekill gemacht. Guck mal, der hat auch eben Triplekill gemacht. Hast gesehen, der ist runtergesprungen und hat nochmal für die letzten zwei Meter einen Fallschirm geöffnet. Jetzt kriegst du's aber hin, komm. War das ein Kill? Ja, und der hat mich am Arm getötet. Mhm. Ja, das war ein Kill. Du hast ein Kill? Wahnsinn. Ja. Na, wie steht's? 1,8. Und wir verlieren. Das heißt, die 50% deiner Deaths kamen von einem Menschen. Kannst du bitte? Also eine einzelne Person. Hm. Ja, danke, dass du auf mich schießt. Hallo. Ich weiß nicht, ob das der hinter dir... Sie schießen, glaub ich, auf jemanden bestimmten gegnerischen... Ja, schön. Ich glaube auch. Da sind wir zu einer Meinung, das ist schön. Wieso kommt jetzt so komische Musik? Ich weiß nicht, ich hör sie nicht. Wo ist denn der? Hä? Der stand doch direkt vor mir. Hä? Der stand doch direkt neben mir und ist gestorben. Wo war der? Da oben steht einer. Ja. Ja, aber guck mal auf die Map. Da steht direkt... Hä? Da ist er doch. Ja, wo war der gerade? Auf der Map stand er direkt um die Ecke. Aber da war keiner. Ich hab auf die Map nicht geguckt. Leider. Hm. Ich brauche eine andere Waffe. Die sollte besser sein. Auch wenn das immer noch nur so die... Kannst du. Hm? Alles gut. Ich würde die Taschen einfach ausmachen. Die ist aus. Nein. Guck mal da unten. Oh, da steht das. Oh, guck mal wie auch alle so random plötzlich sterben. Alter. Ich würde damit nicht Dauerfeuer machen. Wieso habe ich jetzt plötzlich rote Hitmarker? Äh... Von wo wäre ich gerade abgelöst? Hast du Blut jetzt gerade eingeschaltet? What the? Was hast du? Alles gut. Ne, auf 3 meine ich. Sehr schön. Halt ihm sie rein. Das ist nicht fair. Na und? Das ist fast schon Base-Rapen was die machen, auch wenn es nicht ganz an der Base ist. Eigentlich ist es gar nicht an der Base und es ist auch kein Rapen egal. Weiß was ich meine. Richtigste, den kriege ich nicht. Aber er hittet mich an. Hä? 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 Ich glaube auch. Was macht der da? Epic Glitch. What? Und jetzt bewegt er sich durch die Gegend. Schade, ich hätte dem noch keine Breite zugeguckt. Hm. Ähm. Ist der Tartellamp ist aus. Ich kriege die meisten Punkte, glaube ich, weiter durchspawns. 1 zu 10. 1 zu 10. Hä? Wieso ist jetzt der Ende? Ja. Hm. Ich verstehe das Ganze irgendwie noch nicht so ganz. Also als erstes kommt jetzt mal eine Erleuchtung, indem ich jetzt eine Runde spiele. Ja. Das Problem ist, du bist wahrscheinlich sogar besser und das geht eigentlich nicht. Tja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.